Der Betriebs- und Melker-Aushilfsdienst leistet landwirtschaftliche Betriebshilfe in Notfällen, Krankheiten und Urlaubszeiten. Der eingesetzte Aushilfsmelker bleibt für die Dauer des Einsatzes auf dem jeweiligen Betrieb und kann so die Herde rund um die Uhr betreuen. Auch Forstbewirtschaftung, Gartenbaubetriebshilfe und Landschaftsgestaltung wird von Fachleuten professionell durchgeführt. Informieren Sie sich über unsere weiteren Leistungen im Internet. Untertitelung des ZDF, 2020